Ich habe mir Großes vorgenommen. Ich möchte platt lernen und dafür habe ich mir den Experten geholt. Das ist der Manfred Monsen. Der wird mir ein bisschen helfen, das Ganze zu lernen. Ich finde erstmal, es ist heute ziemlich kalt. Kühl. Kühl ist es. Kühl ist es. Und? Uselisch naht. Uselisch naht. Uselisch naht. Was können wir denn kaufen? Das hier sind also Komkommere. Was heißt jetzt, ich würde gerne diese Gurke kaufen? Die würde ich ja kaufen. Ich werde das jetzt anwenden. Pass auf. Ich würde gerne die Komkommere kaufen. Was heißt denn, was kostet das? Das kostet dann das Ding. Was kostet dann das Ding, das Komkommere? 90 Cent. Er hat mich verstanden. 90 Cent. Also ich habe heute auf jeden Fall schon was gelernt, aber ich glaube, es kann auch besser werden und das mache ich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.